. Der Mann hat die Wunsch direkt mit einer langen Waffe, es wurde dann durch die Kollegen Schüsse abgegeben, der Mann hat sich wieder in die Wunsch zurückgezogen, er hat dann aber auch den Wagon aufgesucht mit dieser langen Waffe und ebenfalls auf die Kollegen gezielt. Es wurde dann ebenfalls erneut Schüsse abgegeben, der Mann konnte dann in weiterer Volksschüler der Wunsch angetaubt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.